Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StandoGaming und heute springen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde ausfüllbar und ich würde sagen, wir legen hier auf direkt nach dem Intro los. Leute, wir kaufen uns hier das Firehouse, beziehungsweise ich kaufe es, bitte wundert euch nicht, warum ich die ganze Zeit immer mit wir sage, keine Ahnung. So, hat sechs Räume anscheinend, ein gemütliches Haus im Vorort, das einen freundlichen Verwalter sucht. Ich würde sagen, wir kaufen uns das Haus und sind 65 Millionen oder 1000 Euro ärmer. Und jetzt rechnet es schon wieder bei uns. Leute, also das Wetter ist auch irgendwie komisch, mal Sonne und dann mal wieder nicht. Also, keine Ahnung. Ist hier irgendwie, also, weg mit dem Scheiß. Kein Karneval oder irgend sowas, oder Halloween meine ich. Ach du Scheiße. Hä? Hallo? Mach was weg! Weg damit! So. Was ist denn hier schon... Was ist hier schon wieder passiert, ey? Was für ein Chaos. Ja, das... Das meine ich aber auch. Ist ja gerade ein Gehirn... Lag da gerade ein Gehirn. Wo ich auch was in den Tisch verkauft, Alter. Du kommst weg, du kommst weg. Ich verkaufe jetzt hier einfach alles. So. Irgendwas mit Kürbiszeug, nö. Was ist das hier? Ja, so. Okay, machen wir hier erst mal sauber, würde ich sagen. Bam, bam, bam. Jo, wie viel dreckig ist denn hier alles? Hier ist noch ein bisschen dreckig irgendwo und da. Ah, und da, so. Okay, es ist alles weg. Was ist auf diese blöden Halloween-Dinger hier? Okay. Was ist denn mal weg? Mann, bitte. Mann, hier sind überall Gehirne. Ich will die gar nicht. Weg mit dem Gehirn. Braucht kein Gehirn. Hallo. So. Bam, bam, bam. Bam. So, auch weg. Und hier ist auch so. Gut, ich würde sagen, wir färben später hier das nochmal weiß. Ich würde jetzt erstmal die ganzen anderen Zimmer noch machen. Okay, hier geht's raus. Ich fang hier rein. Was ist hier? Ah, einfach gar nichts. Okay. Weg mit dem Scheiß. Soll ja ein Ferienhaus sein und kein Dingsbums-Haus. Na, wir verkaufen auch die Sachen hier. Ja, passt so, oder? Ja, will ich schon richtig sagen. So. So. Was haben die hier gemacht, ey? Warum bauen wir auch nicht mehr? Warum bauen wir auch nicht mehr? Wir haben ja kein Halloween mehr. Ach, das Schlafzimmer ist hier. Ach, die Fenster müssen wir auch reinigen. Ernsthaft jetzt bin ich, wenn sie da nicht reinigen. Hallo. So, jetzt. Danke. Bam, bam. Da bin ich hier bitte raus aus dem Zimmer. Danke, Werner. Sehr nett von Ihnen. Fenster wieder reinigen, einmal. Hat's. Warum funktioniert das Ding jetzt? Ah, okay. Ich habe nichts gesagt. Jetzt ist es wieder scheiße. So. Okay. Verhören wir doch mal die Wand hier weiß. Zack. Einmal hier schön alles weiß. Bam, bam, bam. Weg mit dem Halloween hier. Haben wir nämlich nicht mehr. So. Bam. Okay. Das einmal verkaufen. Das einmal verkaufen. So. Ah, jetzt lass mich doch hier hin. Hallo. Danke. So. Oh, zack. Bam, bam. Fertig. Go, yo. So, oder? Ja, jetzt ist alles richtig. Du hast einige Teppiche alles in deinem Haus verändern können. Ja, da hast du recht. Haben die mit den Stühlen gemacht, ey? Nicht mehr normal. So. Den stellen wir natürlich auch wieder gerade. So. Das Bild kommt auch wieder gerade. Haben sie denn hier alle Bilder schief? Bleib gerade, habe ich gesagt. So, okay. Ach, hier ist ja noch so ein blöder Kranz. Mit ihren blöden Sparschwein-Dingern da. Weg damit. Ich glaube, das passt jetzt hier alles so. Leute, ich will auch sagen, das war's schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Abo und einen Kommentar da. Und ich merke gerade, dass es noch nicht war, denn wir müssen das Haus ja auch noch verkaufen. Ich dödel. Ich lass es jedes Mal vergessen, Alter. Okay, wir haben bezahlt 65.000. Gut, die bezahlen jetzt schon fast 80.000. Das schmeckt doch. 75.000. Wir machen 10 plus. Ich würde sagen, wir verhandeln nochmal um 3.000. 13.000. Irgendwas. Ja. Perfekt. Rein da. Okay. Und Ruhe dann eben. Let's go. Wir haben wieder plus gemacht. Geil. Jetzt sind wir wieder aus dem Minus rausgegangen jetzt. Das lässt sich doch sehen. Komm. Wollen wir noch es jetzt hier? Jetzt mach. Mach. Sorry. Okay. Jetzt fehlen tatsächlich nur noch 27 Mäuser, die wir kaufen müssen. Dann haben wir alle. Das ist geil. Leute. Ich würde aber auch sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like, einen Abo, einen Kommentar da. Schaut außerdem auch mal im Discord-Dorfer vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert den Glock, wenn ihr keinem mehr verpasst. Hab einen Traum auf den Tag. Haut rein in euer Föllo. Ciao. 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 Ciao.